Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Halt-Video-Challenge und wir sind endlich wieder bei Familie Monschein. Yay! Ich freue mich sehr. Wir waren lange nicht mehr hier. Wie ihr gemerkt habt, hat sich irgendwie ein bisschen was verändert hier auf diesem Kanal. Beispielsweise wurde das letzte Video, was online ging, nicht von mir geschnitten. Vielen, vielen Dank nochmal für die Hilfe. Und ja, das macht mir das Ganze alles ein bisschen leichter. Deswegen hoffe ich, dass ich das ganze Schneiden nicht verlernt habe, wenn ich jetzt dieses Video wieder schneide. Das ist uns ein bisschen schlecht. Wenn ich aussehe wie ein Zorup der Pudel, dann liegt es daran, dass ich heute gearbeitet habe. Bitte, habt Nachsicht mit mir. Ich weiß nicht, wo wir stehen geblieben sind in unserem Leben. Ich weiß nur, dass es winterfest ist. Das habe ich schon gesehen hier oben. So, wild, wild und wir sind schwangier. Bald drittes Trimester und so. Wie geht es denn den Kindern so? Zweiergrundschülerin. Nice. Zweiergrundschüler. Nice. Dreiergrundschülerin, aber sie hat schon Fähigkeiten. Ganz gut. Das ist das schön. Und bei ihr ebenfalls. Nice. Dann können die sich ja trotzdem mal um irgendwelches Zeugs dann gleich kümmern. Weil ich habe gesehen, hier oben sind noch Schulprojekte. Yay. Darum kümmere ich mich schon auf jeden Fall hier mit denen. So, sie kann ja erstmal duschen. Und dann muss sie auf jeden Fall ihre Zusatzaufgaben machen. Er macht auch seine Zusatzaufgaben. Und sie geht erstmal was essen. Und dann macht sie ein Schulprojekt, würde ich sagen. Wir machen erstmal dieses, was hier drin steht. Weil das ist ein bisschen stressful, wenn das hier so steht. Und ihr geht's ganz gut. Oh, sie ist schon Level 7. Okay, dann müssen wir uns um sie auch nicht mehr kümmern. Wieso hat sie Level 7, Alter? Was hat sie denn gemacht in ihrem Leben? Ich meine, sie hat hier Level 2. Ich dachte halt, dass die vielleicht Zwillinge oder sowas sind. Oder halt gleichzeitig gealtert wurden. Aber das ist ja entscheidend dann irgendwie nicht der Fall. Aber Level 7? Level 2? Hm. Auf jeden Fall wild. Sie muss auf jeden Fall trotzdem ihre Hausies machen. Ich bin so gespannt, wie das dann wird, wenn wir endlich umziehen. Ich weiß, dadurch, dass die Parts seltener kommen, dauert es natürlich noch länger als früher. Aber ist schon sehr wild. Not gonna lie. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Es ist ja noch diesen Part. Dann Part 98 und Part 99 noch. Und ja, vor Part 100 würde ich dann natürlich halt das Haus bauen, logischerweise. Boah, was war ein schönes Haus. Mann, oh Mann. Wir werden Winterfest aber jetzt nicht wirklich zelebrieren, würde ich sagen. Aber ich kann ja trotzdem mal ein Festmahl kochen, damit die dann alle so, also dass zumindest sie das hier hinkriegt in ihrem Leben. Weil die Zufriedenheitspunkte nehmen wir natürlich trotzdem immer gerne an, ne? Oh, nicht klug genug? Hm. Lass dir für einen Mitschüler helfen. Oh, sie findet es kacke, dass es hier so dreckig ist. Aber YOLO, Alter. Hey! Wo ist die Wollmaus, die hier war? Manometer. Die hier oben ist noch am Start. Wollmaus bitten, nach Wertsachen zu suchen. Dann können wir die nochmal mit Staub füttern. Nam, nam, nam. Und dann gönnen wir uns natürlich dann gleich noch die geile Post. Hm. Ich lieb's einfach, so viel Geld zu bekommen. Nur dadurch, dass ich Kinder hab, die gealtert wurden. Haha. Ich hab letzte Woche etwas Cooles für dich hergestellt, weil ich dich ziemlich cool finde. Ähm, okay. Kommen Sie ran. Sie hat ihr Projekt abgeschlossen. Sehr schön. Äh, sie spricht mit Stefano einfach. Okay. Und was bringt sie ihm? Ein Teil für die Küche. Ja, super. Wow. Kann ich verkaufen. Wie öffnet man denn jetzt das Profil? Das wird hier irgendwie nicht mehr... Doch. Weil sie nicht hier ist? Oder was? Also, weil sie hier ist? Weil es ist voll komisch. Weil ich würd gern wissen, was die hier für ein Dings bekommen haben. Aber wenn ich mal die angucke, geht das... Hä? Das geht jetzt nur bei ihr nicht. Ich bin sehr verwirrt. Ich dachte jetzt irgendwie, die haben das wieder rausgenommen mit dem, dass man so aufs Zim-Profil kommt. Wild. Wär aber auch voll dumm gewesen. Wenn die das wieder rausgenommen hätten. Weil ich fand das eigentlich echt ganz gut. Wieso seid ihr alle draußen und schwimmt, Alter? Was stimmt eigentlich nicht mit euch? Als wäre es nicht klar, dass das viel zu kalt wäre. Im Winter. Aber bald ist der Winter ja wieder vorüber. Keiner hat einfach Bock, mit ihm zu reden, ey. Dumm. Oh, Schmutz-Teufel-Wild. Wir können ja mal um Gnade betteln. Wir wollen ja nur die Lieben haben. Hm. Juckt ihn, glaub ich, nicht so. Hier, Clemens Frost findet uns mittlerweile... Also da haben wir jetzt mittlerweile auch fast gar nichts mehr. Und deswegen... Ah, wir fragen mal nach einem Geschenk. Weil das würde ich mir schon noch gerne gönnen. Also mal schauen, was schenkt er uns. Sie mag es auf jeden Fall. Es ist... Eine Karaoke-Maschine. Uh. Schon fancy. Not gonna lie. Er hat irgendwie gar keinen Bock, oder? Hm. Naja. Kann er jetzt mal abzischen, damit wir hier schnell vorsprühen können? Wie wär's? Oh, er ist abgezischt, aber... Oh, doch, doch. Es läuft schneller. Ich dachte schon, es läuft jetzt nicht schneller. Also was ist er sonst irgendwie ein bisschen... Dumm. Not gonna lie. Ich kann bei Tina das immer noch nicht öffnen. I don't know. Bei manchen schon, bei manchen nicht. Es ist ganz komisch. Irgendwie ist das hier verbuggt. Weil ich kann irgendwie das nicht reparieren. Sie labert immer, sie könnte da nicht hin. Oder ist das wegen dem Wasser oder so ein Scheiß? Also dann stecke ich die nämlich erstmal ins Haushaltsinventar. Lasse sie das hier mal aufwischen. Vielleicht klappt's dann, ja? Oh, die sind auf zur Schule. Das ist sehr, sehr schön. Ich denke mal, dass die dann alle hochkommen. Mit ihrem Level. Also das Spiel sagt, ich hab hier kein BB-Move-Objects an. Das heißt, es müsste jetzt eigentlich funktionieren. Und wenn's nicht geht, dann werde ich sie einfach mal ersetzen. Sie kann da anscheinend immer noch nicht hin. Gut, dann ersetze ich die Scheiße einfach. Aber ich kann's nicht haben, wenn das ja die ganze Zeit plätschert, ey. Und sie wartet jetzt eigentlich noch darauf, dass sie irgendwie mal die Entbindung ansteht, ne? Hm. Wen haben wir denn hier? Wild, wild, sag ich dazu nur. Wild, wild, girl. Wieso sie hier aber keine Lashes und so einen Scheiß drauf hat? Weiß ich nicht. Und das ist auch definitiv nicht ihr Outfit. Aber wild. Das sind alles nicht ihre Outfits. Wild. Aber interesting, dass sie hier so rumgammelt. Kann sein, dass es einfach nicht so eine fertige Version oder so von ihr war oder so. Kann, die ich mal irgendwie abgespeichert hab. Aber I don't know. Weil sie hat doch noch ihre Lashes, oder? Ja. Weil nicht, dass die Lashes kaputt sind oder so. Das kann ja auch sein. Das ist ja auch schon ab und zu passiert bei Updates, dass die Lashes kaputt gegangen sind. Aber dieses Mal nicht. Zum Glück. Und ihr Tattoo hatte sie auch nicht. Die Sky. Hm. Wild. Aber interessant, dass sie hier auch mal sich einen Auftritt erlaubt hat. Ja. Die Lucky Legacy wird auch noch richtig krass, ey. Ich braue mich ja sehr, wenn ich da mal wieder ein Bart aufnehme. Was bestimmt bald sein wird. Weil ich habe sehr großen Bock weiter zu spielen. Nur das Schneidnis hat dann immer das Problem, ne? Aber das kriegen wir alles hin. Ähm, wo zum Fick brennt es? Wieso brennt es hier? Wegen dem Schmutzteufel? Oha, Alter. Das soll man nicht übertreiben. Das kann man auf jeden Fall wegmachen. Das ist irgendwie... Hm. Steht sie gerade quasi auf dem drauf? Oh mein Gott. Wild. Da ist, glaube ich, nichts kaputt gegangen. Dann kann es mir ja auch egal sein, ehrlich gesagt. Emilia hat was an der Schule mitgehen lassen. Emilia ist einsatz, der Fanus einsatz, Lauren ist zweier und Scarlet ist zweier. Yay. Yay. Ihr wisst, was das heißt. Äh. Wo sind denn hier noch Kerzen drauf? Nirgends. Dann müssen wir die ganzen Kuchen nochmal hier reinstellen. Und müssen uns dann wohl um einen neuen kümmern. Wieso staubsaugt sie? Das habe ich ihr nicht befohlen. Was haben wir? Kulonsalat. Und, ähm, ja. Oh mein fucking Gott. Was zum... Ähm. Da sind gerade Dinge passiert, die, äh, sollten so nicht sein. Sie ist auf jeden Fall Musikliebhaberin. Schön. Und sie möchte Bodybuilderin werden. I see. Die bunten Haare bleiben auf jeden Fall bei ihr. Wie man sieht. Aus Bild. Mal gucken, was denn aus Stefano wird. Let's fucking go. Alles Gute zum Geburtstag wünsche ich dir. Ich hoffe, dass das jetzt nicht nochmal passiert. Glaube ich. Denke ich näher, weil er landet trotzdem draußen. Na gut. Er ist auch Musikliebhaber. Und sucht nach der großen Liebe. Also, ich bin ready. Was sagt ihr? Wie die Wehen haben eingesetzt. Warum? Hey, meine Selbstständigkeit ist weg. Ich habe hier doch schon Selbstständigkeit gemacht. Egal. Ähm, ich glaube, wir stylen die einfach nächstes Mal um. Und wir gehen jetzt noch schnell die Wehen. Äh, und so. Ähm, also, das Kind kriegen halt. Ähm, weil, ähm, ähm. Ich möchte nichts sagen. Aber, äh, ich glaube, das wäre schon noch sinnvoll. Äh, also, das würde ich eher machen, weil ich habe Angst, dass danach das nicht mehr funktioniert. Wenn ich jetzt erst in den Cast gehe. Deswegen kriegen wir jetzt einfach das Kind. Oder die Kinder. Wie wir sehen. Und dann, äh, schauen wir mal. Nächsten Part dann. Was dann da abgeht. Mit, mit um Styling dies, das. Eigentlich ist meine Zeit nämlich schon wieder um. Aber ich überziehe jetzt, damit wir dieses Kind kriegen. Weil ich habe Angst, dass, äh, die Kinder nämlich auf einmal wegploppen oder so. Wenn ich die dann so wieder lade. Hey Sims 4. Bitte stürzt nicht ab. Danke. Wieso auch immer mir die ganze Zeit gesagt werden, dass irgendwelche Objekte entfernt wurden. Ich benutze halt. Ich habe halt seit Ewigkeiten keinen Bild-Custom-Content mehr benutzt. Ich weiß nicht, was das Problem ist, wenn ich ehrlich bin. Weil als ich das, äh, Haus hier, das Grundstück hier geladen habe, da stand das nämlich auch schon. I don't know, was eure Mission ist. Aber ich benutze keinen Bild-Custom-Content. Ich habe alles installiert, was ich sonst auch installiert habe. Was wollt ihr von mir? Nancy Landgrab ist auch hier. Nice. Okay, sie macht sich auf den Weg. Sie macht sich auf den Weg. Sie macht sich auf den Weg. Sie macht sich auf den Weg, um Futter zu suchen. Ein Mädchen. Nachname, Vorname. Nee, die Kinder heißen alle Mondschein, aber okay. Halo. Let's fucking go. Und noch ein Junge. Wieso steht hier Vorname, Vorname? Das ergibt gar keinen Sinn. Luke. Nein. Tracy, not gonna lie. Bin dabei. Okay, also müssten es Zwillinge sein. Das heißt, wir haben einen Platz noch frei, aber dafür lohnt es sich halt eigentlich nicht, ein Kind zu kriegen, oder? Wahnsinnig, ob wir das jetzt machen sollten oder nicht. Aber wir können es ja trotzdem schon mal eigentlich einen neuen Typen dann angeln. Aber das kann ich mich dann ja, also ich kann mich ja dann darum kümmern im nächsten Part. Hallo. Danke. Ich, wie ich 24-7, Angst habe, dass dieses Spiel abstürzt. Und mit diesem wunderschönen Bild her, wow, mein Girl, happy wie eh und je, weil sie an Bangos denkt, ist wunderschön. Ja, auf jeden Fall. Ich möchte den Part jetzt hier beenden. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Der erste nach einiger, einiger Zeit. Ich hoffe, der nächste Part kommt früher wieder. Ähm, und, ja, mal schauen, was nächste Woche auf euch zukommt. Ich weiß es eigentlich, ich glaube, auch noch nicht. Wir kriegen da schon irgendwie alles hin. Ich habe noch ein paar Sachen auf Lager. Und, ja, also, es wird alles, das wird alles einfach, genau. Wie gesagt, wir sehen uns dann bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss. Bis dahin und tschüss.